Ein herzliches Dankeschön, Dürbentander übernimmt die Führung, führte in den ersten Bogen hinein vor Russian Tango, dann zieht man da hinter Impostor außen, garankiert Eno Wenger und die beiden Favoriten, die sind jetzt in der Frust, da garankiert Famous Nation in der fünften Position. Führte erreichen die Ekerade und Dürbentander schlägt den Takt ab, das ist kein langsamer, außer ist in der zweiten Position jetzt Inno Wenger zu sehen, dritter dann Russian Tango vor Impostor, da hin Famous Name und Ed Shadow, führte bitte gegenüber und vor allem immer noch Dürbentander. Dürbentander, da in der Arme und jetzt galoppiert der Russian Tango aus, begleitet von Eno Wenger, dann Impostor, Famous Name und Ed Shadow. Mit einer anderen Reihefolge geht es jetzt auch in der Richtung des Schlussbogens mit Dürbentander an der Spitze. Russian Tango bleibt dann außen, Eno Wenger, Eno Wenger, dann Impostor, da sind die ersten vier, die Favoriten. Setzen auf den Spiegel, in der Fluss kommen, vorne immer noch Dürbentander, Russian Tango. Jetzt versucht Famous Name langsam aber sich an dem Platz zu verbessern und tut es auch zurück in die dritte Position. Da hinten Impostor, Eno Wenger und Ed Shadow am Schluss und jetzt geht es in den Siegeladen, 500 Meter noch bis zum Ziel. Wer gewinnt den großen Dank bei der Kreis, 2.000 Red, vorne ist immer noch Dürbentander, Russian Tango. In der Wandmitte der Dritte jetzt Famous Schneemann, vorne aber immer noch aus Dürbentander, Famous Name von den Zellfahrer, Serious Tango. Jetzt kommt Serious Tango, Famous Name von den Zellfahrer, Serious Tango. Jetzt kommt Serious Tango, der Serious Tango, der Serious Tango. Jetzt kommt Serious Tango, der Serious Tango. Das ist wichtig, wichtig würde wir den Greta jetzt auf der Fluss beten. Es ist schön, aber herorgend. Und den R 자주 kommt, der Serious Tango.